Okay, da musste ich echt ein Video zu machen. Normalerweise mache ich ja keine Videos, aber das ist natürlich jetzt echt überraschend, wirklich überraschend. Freunde, folgendes. Sony gibt bekannt, dass sie eine neue Konsole entwickeln. Erste Infos sind veröffentlicht worden. Kein Scherz, Scherz. Wow, Playstation The Future Starts Now ist das Logo. Ihr seht es hier auch eingeblendet. Und ja, ich lese euch das mal kurz vor. Es gibt eine Pressemitteilung, Mitteilung und nicht Mitteilung. Und ja, das ist schon ziemlich strange, ehrlich gesagt. Also kommt für mich auch jetzt überraschend. Und deswegen muss ich das jetzt ein bisschen ablesen. Nicht, dass ihr euch ein wenig wundert. Ich bin auch selber ein bisschen jetzt euphorisiert und wow. Und ich trinke gern Smoothies. Sony gibt bekannt, dass sie eine neue Konsole entwickeln, die nicht auf herkömmliche Stromquellen angewiesen ist. Die neue Playstation Solar, so ist halt auch der Titel, Playstation Solar. Die neue Playstation Solar wird über Solar Panels funktionieren. Wow. Okay, krass. Sony hat heute eine aufregende Ankündigung gemacht. Die neue Playstation Solar, eine Konsole, die nicht auf herkömmliche Stromquellen angewiesen ist. Diese Konsole soll über Strompanels aufgeladen werden und ist damit umweltfreundlicher als jede andere Konsole. Ganz besonders als die dreckige Xbox. Naja, gut, das finde ich jetzt im Front so ein bisschen. Ich meine, Xbox hat ja auch eine Daseinsberechtigung. So, Zitat von Sony. Wir bei Sony sind stolz darauf, die Playstation Solar vorstellen zu können, sagt der CEO von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. Die Zukunft der Gaming-Industrie muss nachhaltiger sein. Und wir glauben, dass die Playstation Solar ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Okay, krass. Auf jeden Fall krass. Bin nochmal gespannt, was die kostet. Die Playstation Solar wird mit einem Set von Solar Panels geliefert, die einfach aufgestellt werden können, um die Sonnenenergie aufzufangen und die Konsole aufzuladen. Eine volle Ladung soll bis zu 10 Stunden Spielen reichen, bevor sie wieder aufgeladen werden muss. Ey, das ist wirklich auch krass. 10 Stunden. Da kannst du auf jeden Fall dreimal Red Dead Redemption durchspielen, GTA durchspielen. Also das ist wirklich schon krass. Weißt du, da kommen noch nicht mal die Autos mit. Das ist schon heftig, Alter. Das ist schon wirklich heftig. Das ist Future Shit Blips. Die Konsole ist mit der neuesten Technologie ausgestattet und hat eine hohe Leistung. Vergleich mal mit der Playstation 5. Spieler können auf der Konsole alle aktuellen zukünftigen Playstation Spiele spielen, sowie VR-Titel. Okay, sehr geil. Zitat oder auch nicht. Achtung, keine Ahnung was. Wir haben hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass die Playstation Solar den hohen Standards entspricht, die unsere Fans von uns erwarten, sagt Mark Cerny, der leitende Architekt der Playstation Solar. Ich denke, dass Spieler begeistert sein werden von der neuen Möglichkeit, ihre Spiele umweltbewusst zu genießen. Joa, bin jetzt schon total geflasht. Die Playstation Solar wird voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres erhältlich sein und wird für einen Preis von 599 angeboten werden. 599 Euro. Krass. Krass. Ich hoffe, da gibt es auch irgendwelche Bundles. Die Ankündigung der Playstation Solar hat bei Spielern weltweit für Aufregung gesorgt. Und viele sind gespannt darauf, die neue umweltfreundliche Konsole in Aktion zu sehen. Da soll es jetzt auch demnächst die ersten Videos geben. Hier sieht man auf jeden Fall schon einen Controller. Wir sind gespannt, wie sich die neue Konsole auf dem Markt behaupten wird und ob sie das Zeug hat, die Zukunft der Gaming-Industrie zu beeinflussen. Die neue Konsole kann hier vorbestellt werden. Habe ich unten alles verlinkt. Da könnt ihr auch nochmal den Artikel und die Nicht-Presse-Beteilung nachlesen. Und ja, was glaubt ihr? Also Playstation Solar 599, 10 Stunden Spielzeit. Boah, Alter. Das ist krass. Das ist krass. Also, ich muss das jetzt erstmal verdauen. Bis dann.